heute mal türchen nummer sieben dieses türchen immer wieder einfacher deswegen ist es auch der sohn kommen wir nun zu den kommentaren und dann direkt zu türchen nummer acht in türchen nummer acht ist ein charakter der zwei meter 36 groß ist zwei waffen hat und gelbe augen hat schreibt mir nun wer sein könnte und vielleicht seid ihr ja im nächsten video und 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 und